So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dead Island. Boah, guckt euch das an hier, voll fett gestapelt. Krass, oder? So, na? Wir nehmen es einfach und schmeißen uns Wondersand. Wir nehmen es einfach und schmeißen uns Wondersand. Wie viele braucht denn der? Braucht der den ganzen Wagen voll, oder? Oder nicht, oder? Was, was war das für ein komisches Geräusch? Egal. Vollkommen wurscht. So. Okay. So. Ah. Ah ja. Wahrscheinlich will er vier haben. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hab eins da drauf. Ach, das sind Möwen wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Würde Sinn ergeben. Scheiße. Verdammt. Das ist ja noch auf diesem blöden LKW, ne? Ach, Kacke. Ja. Zum Glück. Zum Glück brauche ich das nicht mehr. So. Wie viel will denn der? Reichen vier. Wie viel brauchst du denn du? Quest. Was sagt die Quest? Ich äußere jetzt dazu gar nix. Wie viel kostet denn hier? Mann, was sind das denn für super... Ich kenn ja nur super 95. Keine Ahnung, was bei denen so an Sprit so... Ach, ist mir jetzt auch vollkommen wurscht, ey. Ich bin total genervt. Hätte nur zwei gebraucht. Nur zwei. Ich hätt hier gar nicht hinterfahren müssen, ne? Aber nein. Was macht er? Was macht er, Ben? Der holt. Holt sich gleich vier. Der hält. Der ist so ein Held. Naja, gut, das ist alles. Vorsicht. Mein Gott, ey. Boah. Oh, der ist schon wieder so ein Kerl. Oh, ganz ehrlich, ey. Ja, los hier, ne? Hallo, hallo. Genau. Schlag einfach mal. Irgendwo anders hin. Ich bin... Was? Grüß dich. Hey! Ah, das ist aber doof. Klau dir einfach eins. Aber die sind das verklemmt als... Okay. Okay. Baseballschläger. War das jetzt sehr einfach oder sehr schwierig? Ah, ja. Ach so. Da ist bestimmt irgendein Ultrafiech drin. Ich... Ja, ich werde da wahrscheinlich so ein Muskelmann, ne? So. Oh, da kann man ja bitte... Lasst mich auf diesen... Er sagt nix. Sagt nix. Eine... Auf... Wahrscheinlich gibt es einen. Sonst würde das nicht so doof. Komm. Yeah! Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ungewollt. Wir gehen mal davon aus, dass es gewollt ist. Ja. Ja, wir gehen mal davon aus, dass es gewollt ist. Keine Ahnung, ob das jetzt... So, komm. Wir schaffen das. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Puh, hier ist noch nix. Hier ist... Ja gut, das war irgendwie klar. Ein Immunerstock. Der bewegt sich gar nicht. Was? Welches Level bist du? Stufe 8. Ich dachte, Stufe 18. Interessant. Äh, anscheinend... Also, ich weiß nicht. Kann man hier einfach die Tür aufmachen? Nö. Ja gut, ne? Was soll's. Wisst ihr, was ich mach? Ich mach das da. Und jetzt! Das haut so richtig schön rein. So richtig... Ein Schlüssel. Ach so. Hey! Und was soll das jetzt heißen? Fühl dich wie zu Hause. Uh! Haha, mit dir ist nix passiert. Ah! So, mit der... Schimmel! Wie und jetzt? Ach ja. Wie noch was? Flugzeug! Oh! Nee, nee, nee! So was. Ah! Ich muss diese Bude ausreißen. Nein, nein! Ich muss jetzt kein Benzin besorgen! Nein, nein, nein! Dann hol dein... Klappe! Ich kann... Ich kann das grad nicht hören. Was hab ich... Wieso hab ich denn schon wieder zu viel... Kann ja schon wieder das nicht stimmen. Ach so. Ich hab ja schon zwei von denen. Ach, das ist ja toll. Ach, das ist ja super. Haha. Das ist ja super. Ein hinfälliges Messer. Ja gut, ne? Dann tu ich jetzt einfach mal... Das wegschmeißen, ne? Fallen lassen. Weil der ist cooler. Weil damit kann ich rumhauen. Oder? Wenn er halt ausgewählt wäre. Aber das ist er halt leider nicht. Ein ermüdender Stock. Ein starker Baseballschläger. So. Ja. Damit kann man was anfangen. Ja, also sorry, ne? Also... Sorry, ich kann jetzt nicht helfen. Ne, ich kann ihm jetzt nicht helfen. Gerade eben kann ich mich helfen. Ich muss jetzt dieses Zeug nach Hause bringen. Dafür brauchen wir jetzt mich, mein Vaterland. Beziehungsweise Sinnamoy. Sinnamoy. Moist das süß. Der Sinnamoy. Ich glaub, den Witz hab ich schon mal gebracht. Er wird nie alt. So. Ah ja, genau. Ich muss den... Könnt ihr nicht woanders speisen, ne? Muss ich da hin? Schon, oder? Ah, die sind so putzig. Und der auch. Und die beiden auch. Mei, 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 mei. Au. Boah, ich dachte schon, ey. So. Wie Frauen halt rumschreien, ne? Und Kerle. Bescheierte, doofe Kerle. Wirklich, dass hier jeder auf der Straße essen muss. Nö. Es gibt keine drei Millionen anderen Plätze. Ja, mir ist doch egal. Ich werde die nicht überfahren, ne? Das sind zwar die schönen Reifen, die dadurch demoliert werden, aber... Wurscht. Hä? Wurde ich die da runterbringen? Nein, oder? Sind die so cool? Nein, die sind... Die sind richtig scheiße. Wäre auch zu schön gewesen, wenn da jetzt die Tür aufgeht. Aber da ist der... Da ist der... Diese Hand... Die zeigt dann noch... Ah, jetzt zeigt sie nicht mehr nach unten. Okay. Okay. Ich muss ihn jetzt zu dem da hoch bringen. Das kann nicht euer Ernst sein. Wo? Wo? Hin? Suche und plündern. Wie jetzt? Suche... Und bringe zwei Getränkepacks. Genau. Wohin? Wohin denn? Wohin denn? Wohin denn? Ah, ja. Ah. Jetzt möchte ich mich jetzt hoch da hoch bringen. Also... Ich habe vier mitgebracht. Jetzt können wir doppelt und dreifach überleben. Ist das nicht schön? Ich weiß. Das ist so toll. Hä? Weil... Ach so. Ja, ja. So. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt. Rede mit Cinnamoy. Cinnamoy, komm her zu mir. Papa. So. Bäm. Ja, ich auch. Cash. Nichts. Oh. Toll. Dominik ist trying to boost the transmitter. Und? Was jetzt? Verschwindet alles, was du bringst. Null kann man nichts. Oh. Ey, ganz ehrlich. Was seid ihr eigentlich für Fresse, gell? Oh, was denn? In die Stadt gehen? In die Stadt? Geboren für die Wildnis. Oh. Oh. Diamanten. Okay. Es gibt da einen Truck. Coole Sache. Aha. Coole Sache. Vielleicht ist das so ein kleiner Panzer. So ein Truppentransporter nur auf Rädern. Ach so. Ah ja, 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 ja. Ah ja, ja. Eie, 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 eie. Hä? So, warte. Ich... Ich... Ich geh jetzt erstmal runter, ne? Ich glaub, das machen wir auch in dieser Folge sowieso nicht mehr. Jetzt geh ich erstmal runter. Mein Gott, die Hust und Röcheln. Und was mach ich? Klappe. So. Also. Ich mein, Stufe 14. Bitte. Verkaufe ich lieber. Weil... Bis ich da mal irgendwie so... Na, versteht schon. Ja, ja. Ein standardmäßiger Hammer. Ein Nagelhammer. Dann verkaufe ich den. 5000 Cash, ne? Ein behind... Ein behindern schwerer Messerschlagring. Eigentlich war ich doch der mit dem ich... Der Typ war doch für... Für... Für Wurfwaffen gut, oder? Ja, gut. Ich hab ihn auch ein bisschen wegen dem Aussehen genommen. Ja, aber trotzdem. Geh, Nagel. Okay. Ich hab gehört, dies Übel ist aus dem All gekommen. Ja, ich weiß nicht. Glaube ich jetzt mal nicht so, ne? Schmerztabletten verbinden. Na, was versteckst du da? 57 Dollar versteckt er da, dass ich... Ein flexibler Schlache. Ein Energy Drink. Ein Magneten. Ja. Ja, dann ist ja alles gut, ne? Dann ist ja alles gut. 17 Dollars. Ja, ne? Ja, gut. Dann machen wir wieder ganz gut Pause. Weil... Das lohnt sich jetzt nicht mehr, jetzt hier was großartig Neues anzufangen. Und dann holen wir uns einen tollen Truck. Ach, ich muss diesem Sack auch noch... Sein blödes... Sein blödes Benzin bringen. Nö, mach ich nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal... Bei Dead Island mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben. Und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi!